Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben und haben hier... Was haben wir nochmal gemacht? Genau, wir haben die Wundererbsen besorgt. So, ich guck mal was noch auf meiner Liste steht. Und zwar müssten wir um 14 Uhr in der Stadt sein. Wir haben ja jetzt die Kaffei-Maske erhalten. Danach müssten wir... Boah, was müssten wir noch machen? Milch holen, genau. Die ist relativ wichtig. Die hole ich jetzt auch mal ganz schnell. So weit ist das nämlich nicht. Wow, und jetzt wieder Rolling Action. Hey, das ist ja ein bisschen schneller als das Pferd. Ich weiß noch nicht, wofür das Pferd wirklich nötig ist. Außer halt über diese kleinen Teile zu springen. Wow, stopp. Ihr werdet euch wundern. Hey, wieso bleibst du am Baumstamm stehen? Das ist irgendwas besonders. Ja, ich würde mal sagen, es ist schon was Besonderes. Ich finde es eher verwirrend, wieso das hier ist. Aber ihr werdet es ja schon sehen. Hä? Ein Erdloch. Okay, kann ja sein. Vielleicht ist ja irgendwas Normales drin. Aber nein, es ist nichts Normales. Ich meine, guckt euch das an. Wieso gibt es hier Kühe? Kühe, die unter der Erde sind. Oh Mann, Leute, ey. Ich wusste es schon immer, aber es gibt ja noch was Cooles. So. Und jetzt? Äh. Hey, nochmal näher. Ähm. Jetzt spielen wir folgendes Lied. Genau, das wird ihn nämlich an die Ranch erinnern. Oh, schöne Musik. Sie erinnert mich an die Weiden. Ach, flach wird's gerissen. Höre ich diese Melodie, so verspüre ich den Drang, Unmengen von Milch zu produzieren. Ich gebe dir gerne etwas davon ab. Milch ist sehr gesund. Perfekt. Ja, das brauchen wir auch, Leute. Milch ist gesund. Milch macht Leute munter. Da gab es so einen Spruch. Milch macht müde Männer munter. So. Ähm. Wo gehen wir jetzt hin? Düm, 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 düm. Oh Mann, ey. Da ist alles so kompliziert. Ich frage mich gerade am besten, wo man hin könnte. Äh. Theoretisch müsste ich ja in die Stadt, weil ich ja sonst nichts anderes wirklich tun kann. Ja, ich geh mal in die Stadt. Geh da noch ungefähr 14 Uhr zu Anju. Da muss ich ja nochmal die Zeit ein bisschen verändern. Düm, 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 düm. Äh, das ist das falsche Lied. Ich wollte nicht die Ebene der Zeit. Nein. Mann. Unten re... Äh, A rechts. Unten A rechts. Perfekt. Oh Mann, ey. Jetzt habe ich die Lieder vielleicht schon ein bisschen versucht, auswendig zu lernen. Und dann passiert folgendes. Ich faile. Ja, es soll der normale Zeitfluss wieder hergestellt werden. So, wir müssen jetzt nämlich... Oh, nachdem wir das alles erledigt haben, ähm, zum Friedhof in der ersten Nacht. Da erhalten wir nämlich ein cooles Lied. Und das werden wir gebrauchen, um später zum Canyon zu gehen. Und da gibt es dann auch viel zu tun. Düm, düm, düdi, düdi. Düm, düdi, düdi, dai, dap, da, du, da, du, da, du, da, du, da, du, da, du. Äh, Anju, da kommst du schon. Mal gucken. Äh, Anju? Ach, liefert die nicht erstmal Essen in irgendeinem Zimmer? Ja, macht sie. Okay, wenn sie da damit fertig ist, dann können wir weiter gucken. Ich kann ja kurz nochmal die Items checken. Ach, obwohl, dann pausiere ich die Zeit. Also, ich habe bei mir abgehakt. Einen Fisch, zehn Bomben, zehn Degonüsse, fünf Wundererbsen im Sumpf, eine Milch... Eine Milch, ein, ein Milch, nice. Ein Pulverfass habe ich. Was fehlt mir denn noch, Leute? Was fehlt mir? Also, wir werden erstmal die Nacht skippen. Tut mir leid, dass ich hier gerade ein bisschen verwirrt bin. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Das ist natürlich jetzt alles meine Schuld. Aber wir müssen nun mal bis 14 Uhr warten. Das heißt, es gibt nicht sehr viel, was wir tun können in der Zeit. Ich denke gerade nach, was es zu tun gäbe. Aber bis dahin ist die Zeit schon vorbei. Beziehungsweise abgelaufen. Ich weiß, was wir hätten machen können. Aber das ist egal. Das mache ich dann gleich. Okay, bevor ich hier die Zeit verschwende, ich gehe mal ein bisschen rumgucken. Aber es ist eh schon zwei. Mann, Leute. Tut mir leid, dass wir hier die Zeit gerade so sinnlos verschwendet haben. Ich weiß, was ich hätte machen können. Aber das mache ich gleich. Herr Postbote, mit dir will ich nicht reden. Ach doch, ich muss ja das Gespräch verfolgen. Ah, äh, was ist das? Ich habe es Ihnen gerade zugestellt. Ah, warten Sie. Dieser Brief. Woher haben Sie? Aus dem Briefkasten, natürlich. Das, das meinte ich nicht. Aus welchem Briefkasten? Aus irgendeinem Briefkasten. Äh, das, das meinte ich auch nicht. Oh, muss die gleich so stürnen, ey? Ich fasse es nicht. Vielleicht kann ich ja jetzt mit dir reden. Bitte sag es mir. Oh, es ist ein Geheimnis. Ich muss es wissen. So, jetzt kann ich mitreden. Du, du bist auf der Suche nach Kaffei? Ich habe eine Bitte. Kaffei, ich habe einen Hinweis, der dir helfen wird, ihn zu finden. Komm heute Nacht um 11.30 Uhr in die Küche. Da sind wir ungestört. Äh, das klingt jetzt ein bisschen pervers, Kleiner, aber... Wir werden da schon... Oh, nein. Ich mache alles falsch. War hier überhaupt die Oma? Ja, ne? Döp, 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 döp. Äh, ja, die war hier, glaube ich, unten. Ich frage mich gerade selber. Ja, doch, musste. Wir haben ja einmal diese coole Maske bekommen. Und normalerweise, wenn wir mit der Oma reden, verschwenden wir ja Zeit und dadurch schlafen wir ein. Aber diesmal zeige ich euch was Cooles. Mit der Maske werden wir ja nicht müde. Oh, Tortus, hast du deinem Vater geholfen? Dann lass mich dir eine Geschichte vorlesen. Welche Geschichte möchtest du hören? Äh, Karneval der Zeit. Du willst also die Geschichte vom Karneval der Zeit hören? Bald findet der Karneval wieder statt, daher sollst du gut über seine Bedeutung Bescheid wissen. Zwar ist die Geschichte ein wenig lang, aber mal sehen. Äh, ähm. Der Karneval der Zeit. Jedes Jahr beginnt die Zeit der Harmonie, wenn Sonne und Mond aufeinander ausgerichtet sind. Eingedenkte Art und Weise, in der Natur und Zeit ohne Unterlass vorzuschreiten, feiern die Völker der vier Welten auf den Karneval eben diese Harmonie und bitten um ein fruchtbares Jahr. Schon seit er tragen die Menschen Masken, welche die vier Götter der vier Welten darstellen. Nunmehr ist es zum Brauch geworden, dass jeder Besucher eine selbstgemachte Maske mitbringt. Man sagt, dass ein Paar, welches am Tag des Festes in den Bund der Ehe tritt und eine Maske als Zeichen seiner Einheit trägt, auf ewig glücklich stehen bleiben wird. Stehen bleiben wird? Der Urturm steht im Mittelpunkt des Karnevals. Am Vorabend der Feierlichkeiten öffnet sich die Uhr zu seinem Dach. Von dort aus wird eine Zeremonie abgehalten, um die Götter zu rufen. Dies geschieht durch den Gesang eines alten Liedes. All diese Feierlichkeiten und Bräuche dienen dazu, die Götter milde zu stimmen, sodass sie im folgenden Jahr in reiche Ernte werden. Oh Mann, dass ich da nicht weggepennt bin. Vor allem mit dieser Stimme. Du warst sehr brav, das ist alles Tortus. Also sagt mir, wann öffnet sich die Tür zum Dach des Turms? Am Vorabend des Festes natürlich. Sehr brav, du bist ein guter Junge. Ich bin stolz auf dich. Als Süßigkeit... Als Süßigkeit... Als Belohnung gebe ich dir etwas Süßes... Wow. Links Gesicht gerade, okay. So. Okay, wir haben jetzt zwei Stunden vorgespult und müssen eigentlich noch mehr Stunden vorspulen. Aber das machen wir dann gleich. Wir gehen nämlich jetzt... Erstmal hier. Hey. Ach ja, das haben wir auch noch nicht gemacht. Ah, Mist, 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 Leute. Okay. So, okay. Wir gehen jetzt ja zu einem ganz bestimmten Ort. Und zwar gehen wir jetzt zum Icania Canyon. Yay. Äh. Icania Canyon? Da bist du doch. Perfekt. So, wir möchten ja jetzt zum Friedhof gehen und da in der ersten Nacht ein Lied lernen. Ihr kennt dieses Lied bestimmt schon. Und... Oh. Das machen wir dann auch mal ganz schnell. Oh. Gruselige Musik. Aber das ist egal. Das soll uns nicht weiter stören. Denn wir rüsten kurz die Asenorna aus. Damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Wir müssen ja relativ... Weit. Nein. Oh man. Ich wollte... Runterspringen. Ja. Zack. Fast getroffen. Aber ich kann ihn nichtmals treffen. Äh, Menno. Hey. Ich dachte, ich hätte das... Egal. Ich dachte, ich wäre ausgewichen. Das tut ja nicht so viel zur Sache. So, perfekt. Oh, und der Dieb ist da. Ich dachte, ich hätte ihn in die Luft gejagt. Aber der scheint hier ja ganz nett zu sein. So. Okay, Leute. Wir müssen jetzt in der ersten Nacht am Friedhof sein. Wie bereits erwähnt. Und kriegen wir ein cooles Lied. Und damit machen wir uns dann eigentlich schon weiter. Äh, in Richtung Ikania Canyon. Äh, hä? Pff. Komm, hässliches Ges... Oh, lol. Ganz ruhig, Leute. Doch. Willst du mich verarschen? Oh, 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 oh. Ey. Ehrlich. Wollt mich doch echt verarschen. Oh, 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 oh. Nacht des ersten Tages. Perfekt. Wir haben das sogar relativ gut getimt. Jetzt kann ich die Zeit auch wieder langsamer machen. Das mache ich mit unten. Perfekt. Perfekt. Duh, 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 duh. Okay. Ja, die Zeit soll verlangsamt werden. Wow. Perfekt. So, jetzt, da die Zeit verlangsamt ist, haben wir eigentlich noch relativ viel Zeit. Denn wir müssen erstmal als allererstes zum Friedhof. Und das ist darum, genau. Ja, was wir am Friedhof machen, ist, wie gesagt, einmal die Maske ausrüsten, nochmal mit den Leuten sprechen, in ein Grab reingehen. Ach, Dekostab habe ich? Ja, habe ich. Geht, glaube ich, aber auch mit Feuerfallen, hoffe ich mal. Oh, Mann, ey. Hä, ich wurde nicht verflucht? Ja, doch, ich bin verflucht. Ich wollte gerade schon sagen. Es wäre relativ komisch, wenn ich es nicht wäre. Oh, Mann, ey. So, Leute, wo seid ihr? Äh, okay. Der hangelt sich da dran, und die spielen hier im Feuer. Da. Ihr habt, ich habe es euch gefunden. Ich habe es euch gefunden. Nö. Oh, hä? Ah, Hauptmann, Sir, verzeiht mir, Sir, das ist Hauptmann, es ist schon lange her, dass wir euch sahen. Wir haben die Gräber streng überwacht, so wie ihr es befohlen habt. Ja, und jetzt, was sollen wir tun? Das Grab öffnen? Äh, zu Befehl, Sir. Alle, Mann, zu mir. Ba, 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 ba. Jetzt hauen die das wieder kaputt. Wie gesagt, es gibt jede Nacht was anderes, was wir hier entdecken können. Ba, da, 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 da. Oh, Mann. Zack. Letztes Mal sind wir ja da rausgekommen. Diesmal woanders. Hopp. Hopp. Ach, immer noch nicht. Oh, Mann. Oh, wie viele Viecher da sind. Ich brauche mein Schwert wieder, sonst kann ich die nicht alle killen. Ah, okay. Nice. Oh, jetzt alle Viecher killen. Das dauert ein bisschen, aber denkt euch, die Mühe lohnt sich. Und noch zwei. Was? Noch mehr? Woher konnt ihr alle? Waren's das alle? Waren's das alle? Da. Uah. Jetzt waren's alle. Oder? Einer ist noch da. Aber wo? Okay, perfekt. Wuh. Wir haben eine Truhe. Okay, mal gucken, was drin ist. Zack. Ein Popo in der Rubin. Das sind genau 50 Edelsteine. So, jetzt rüsten wir am besten mal das hier aus. Hasenohren haben wir ja schon. Das heißt, wir sind relativ schnell auch unterwegs. Zack. Los, 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 Link. Oh, ich krieg das nie, die Teile anzuzünden, ne? Ich bin so schlecht darin. Oh, das ist an der Seite. Nein. Schaff ich aber easy. Easy, Leute. So, jetzt kann ich eigentlich auch mit dem Legostab zurücklaufen. Und hier rein. Was, wie, was? Noch so ein Typ. Okay. Diesmal werde ich den easy besiegen. Ha, da. Ihr wisst ja. Hä, wieso? Oh, nein. Ihr wisst ja, wir kriegen jetzt weniger Herzen abgezogen. Upp. Okay, perfekt. Jetzt ist er ein bisschen mobiler. Oh, und mein Fokus geht auch erstmal weg. Wieso kriege ich den Fokus nicht drauf? So, perfekt. Perfekt, Leute. Das war doch ein astreiner Kampf. Bis auf den kleinen Fehler, den ich da gemacht habe. Puh. Manchmal schon schwieriger als Bosskämpfe, muss man sagen, dieser Typ. Er ist nervig. Sagen wir mal so. Hä? Ein Vorhang, okay. Sind wir auf der Bühne oder im Theater oder so? Bist du der eine, der meine Seele befreit hat? Oh, nice. Geist, ich werde sterben. Nein. Mit so einem Schnurrbart. Einst, die ich den Königshaus von Ikana als Komponist. Mein Name ist Moll. Okay, Moll. All die Lieder, die mit der königlichen Familie verbunden sind, haben mein Bruder und ich kombiniert. Komponiert. Oh, du, mein lieber Bruder. Er verkaufte seine Seele an die Finsternis. Er war es, der mich hier einschloss. Du, der die Tod nicht fürstest, lerne nun die Melodie, die hinter mir geschrieben steht. Und triffst du jemals auf meinen Bruder, dann bitte ich dich, ihm dies mitzuteilen. Die tausend Jahre voller Regen, welche mein Lied ruft, sind meine Tränen. Der Donner, welcher die Erde erbeben lässt, ist mein Zorn. So lautet meine Bitte. Okay, dann werde ich deine Bitte wohl erfüllen müssen. Und wir gucken auch direkt mal, was da geschrieben steht. Ich kann heute kein Deutsch, Leute. Hallo, ich möchte da drauf. Mann. Willst du mich... Ich komme da nicht drauf. Muss ich da drauf? Okay, dann halt so. Die tausend Jahre voller Regen, welche mein Lied ruft, sind meine Tränen. Der Donner, welcher die Erde erbeben lässt, ist mein Zorn. Äh, was soll das denn heißen? Hier steht das Lied geschrieben, das seine verwunschene schwarze Seele reinigen soll. Bewahre dieses Lied tief in deinem Herzen. Äh, das Lied kennt ihr doch bestimmt. Das ist doch eins der bekanntesten Lieder sogar fast. Da, 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 da. Da, 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 da. Perfekt. Höre Regen, ey. Ich will kein Regen. Du kennst diese Melodie. Es ist eine aufbrausende Hymne, die Flüche davon ablässt. Okay. Ich hatte nicht mal so Ocarina ausgerüstet, aber okay. Let's go. Jetzt, wo wir das alles haben, kann ich das ja auch abhaken. Wir haben ja jetzt einmal Kaffee-Quest, äh, Canyon. Und jetzt gehen wir zurück zum Canyon. Dort müssen wir nämlich an der Quelle mit seinem Bruder reden. Oh Mann, ey. Danach wäre der Part auch vorbei, also. Okay, perfekt. Wir sind zurück im Canyon und es ist total dunkel und... Okay. Ach, warte. Taya will mich hier auf was hinweisen. Hinter mir. Da ist nämlich so ein... Äh, Ninja... Äh, Mumien. Äh, okay. Die werde ich jetzt nicht bekämpfen. Von denen habe ich ein bisschen Angst. Ah, da sind noch mehr. Ah, okay. Okay, schnell weg hier. Ich habe Angst vor Mumien. Ah. Leave me alone. Okay. Pio, Glück gehabt. Und hier sind wir schon an der Quelle. Der Ursprung, wieso hinter mir auch kein Fluss mehr ist. Ah, die Musik, die man im Hintergrund hört. Ja, dieses leise Zirpen. Was hast du im Königreich von Ikana zu suchen? Dieses Land gehört uns Geist an. Oh, noch einer mit Schnurrbart. Der hat auch so eine Sonne auf dem Kopf. Nice. Wow, wow. Das ist kein Ort für jemanden, der so voller Leben ist wie du. Oder willst du etwa in unsere Reihen wechseln? So soll es sein. So, schlafe samst zur Melodie der Schatten, die du, der große Komponist, nun anstimmen wird. Und sei willkommen im Reich der Toten. Wow. Okay. Und ihr seht schon, ich verliere die ganze Zeit Leben. Außer, ich werde jetzt das Lied spielen, was ich spielen soll. Was, was ist das? Dieses Lied. Nein, das kann nicht sein. Dieses Lied. Er hat sich ja selbst zu Finsternis bekannt und wird jetzt erstmal wieder, wow, zurückerleuchtet. Und verschwindet einfach. Haben wir den jetzt umgebracht? Wow. Das ist echt so, als wären wir auf irgendeinen krassen Trip. Und das Wasser ist mehr geworden. Yay. Das ist natürlich perfekt, Leute. Und hier fließt auch wieder ein Fluss. Nice. Hä? Was ist das denn? Ein Wasserrad, was angetrieben wird, um fröhliche Musik zu spielen? Okay. Relativ merkwürdig, wird der eine oder andere sich jetzt denken. Aber diese Musik vertreibt die bösen Geister, die sich hier rumtreiben. Relativ nützlich für uns, weil wir wollten ja in dieses Haus. Wow. Der geht auch schon ein in der Musik. Oh Mann, ey. Ja, die hatten so einen coolen Namen. Ich weiß aber nicht mehr, wie sie hießen. Ich glaube, Gyptus? Gyptus? Ich meine, irgendwas in der Art. Wir werden gleich die Maske von denen erhalten. Wenn ich mal kurz so spoilern darf. Der kommt nicht auf die Musik, klar. Ich würde aber auch nicht drauf klarkommen. Also wenn ich mir so etwas echt lange geben müsste, wäre ich auch schon so eingegangen wie die. Wir wollen Metal hören, wow. Und schon sind sie weg. Traurige Leute hier. Ach komm, ihr müsst jetzt nicht alles noch animieren. Und jetzt einfach so, ohne Grund, einfach so. Äh. Ich hab da was gehört, Leute. Okay, dann machen wir uns in der nächsten Folge auf zu diesem Musikhaus. Und ich hoffe natürlich, die Folge hat euch gefallen. Moll, mein geliebter Bruder, vergib deinem närrischen Bruder, der davon träumt, dass Königshaus könnte wieder auferstehen. Du, der die Toten nicht fürchtest. Durch das Lied meines Bruders hast du den Fluch gebrochen, der auf mir lag. Dank gebührt dir. Wir Toten sollten nicht in der Welt der Lebenden verbleiben. Es war alles nur ein Trick, der die maskierten, der die Dinge in die Welt im Aufruhr versetzte. Doch zeigst du wahrlich keine Furcht vor dem Toten. So gehe zum Tempel in diesem Land und bekämpfe die Wurzel des bösen Fluches, der uns so quält. So, höre nun. Ich, der Einzige, der den Weg in den Tempel hinein kennt, werde dich zum König entsenden. Der König wartet in den Ruinen des Schlosses auf das Eintreffen des Eind, der den Fluch brechen würde. Ach, und da müssen wir gleich auch hin. So lautet meine letzte Bitte. Okay, Leute, ich hoffe natürlich, dass der Part hat uns Spaß gemacht. Im nächsten Part gehen wir zum Musikhaus und direkt danach auch zu dem Tempel, der uns gerade versprochen wurde. Und haut raus und bis demnächst. Huah!